Leute, Part Nummer 70 flimmert über den Bildschirm. Genial, krass, willkommen zurück. Also, das hier ist nochmal ein richtig gutes Kapitel, um ja alle so oberkrass zu trainieren, ey. So, die Bienen sind schon Level-Up-Sie gestiegen und die sind alle Level-Up-Sie gestiegen und man, ey. Bald haben wir noch mehr, die voll aufgelevelt sind. So, dann können wir hier schon mal auch jetzt einfach durch. Ich hoffe, sie schafft das. Mit ihren, mit ihren mega starken Waffen, ey. Ist einfach zu krass, man. So, noch ne Mann-Kutte-Down machen. Yes, gut gecordet. Nonne ist cool. Oh yeah, aber auch schon so krass, die Level, da kriegt sie nicht mehr viel. So, dann könnte sich eigentlich unser Dieb, der ist gut, Level 25, der macht sich mal auf den Weg. Ach, er wird teleportiert. Er wird einfach geportet mit dem letzten Teleport, den sie hat. So, ist egal, geht halt kaputt. So spannend müssen wir dann auch nicht wieder machen, dass wir irgendwie, weil das war, weil man könnte ja eigentlich auch, sagen wir mal, das letzte Kapitel durch den Teleport richtig ratzfatz down machen, weil man einfach, ja, die stärksten Einheiten direkt zum Boss teleportiert und den ihn einfach one-hitted oder sowas. Das ist ja mitunter möglich, aber das wollen wir ja nicht. Ne, das ist ein bisschen zu doof, ne. So. Ja! Augen erhalten! Alter, belebt eine gefallene Einheit für Prinzessinnen only. So, genau den. So, den soll ja auch gleich mal ihr überreicht werden. Sehr schicker Stab. So, der muss auch noch ein Level abkriegen. Unbedingt, Volga noni. Meine stärksten Einheiten. So, und wenn wir dann unsere Tiki wiederbeleben im Kapitel 24x und danach Kapitel 24x unsere letzte Bonus-Einheit von den fünf bekommen, dann haben wir unser komplettes finales Team aus 15 Leuten bestehend erhalten. Geil. So, ja, ihr kommt ruhig mal alle nach. So, Marth, was ist mit dir, Mann? Du kannst nicht, wenn dir noch mehr Mannkutten... Ich muss da irgendeinen anderen mal hinschicken, der die Mannkutten da nimmt. Okay, der muss ja dafür da. So, komm, genau. So, haben sie noch einen Unterstützer, falls dann Manaketa erscheint? Äh, so, die sind jetzt hier langsam, aber sicher, irgendwie werden die immer... Okay, die sind dann schon alleine jetzt gerade. Okay, sie kann im Notfall noch ordentlich reinballern. Ähm, dumm, 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 dumm. Aber wir warten mal trotzdem noch. Wir machen immer noch still waiting. So, so, so. Kommt keine neuen. Okay. Ähm, so, dann hauen wir mal ab. Geh jetzt einfach mal in Richtung... Obwohl, jetzt könnte ich eigentlich langsam alle so abziehen hier. Weil wenn, kommen die eh alle noch zu uns heran. Dass wir uns langsam mal hier so bei dem Xemsel versammeln. Der ist so... Der kann nichts machen, Mann. Wenn wir den einfach von der Ferne aus angreifen mit unseren... Deutlich vielen Varianten des Fernangriffs, dann hat der keine Chance. Was soll der machen? Steht einfach mal so rum. Kann nichts machen. So, wer kriegt jetzt hier noch Erfahrungspunkte? Eigentlich müsste sie auch mal... Also, sie kann ja nicht so gut angreifen. Ist keine Kämpferin. Muss man ja sagen. Äh, ja, Mars ist bei Level 30. Geht auch nicht. Naja, okay, dann einfach... Merrick, wieder der Gute hier. Der ist so einfach nur krass. Aber mithilfe von ihm ist auch wenigstens mal ein bisschen was kriegt. Äh... Oh, schön die Hälfte. Los, du musst aber auch treffen. Alter, haben wir so einen dicken Ding geworfen. Stimmt, haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben gar nicht gesehen, wie so ein... Wie so ein... Wie so ein... Und hat auch mal noch ein Level up. Baba. So, jetzt sind alle hier wieder. Schon alle da. Neun, ihr könnt auch noch mal ein Level up kriegen, wenn sie den hier umbringt. Oder vielleicht eher... Ja, die sind dann... Naja. Soll ich die abziehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich die abziehen lassen soll. Weil der ist ein bisschen zu langsam, um abzuziehen. Obwohl. Ja, wohl. Weil, wisst ihr denn langsam, dass hier oben wieder alle sich zusammentreffen? Ach, oder? Ach, ich warte einfach. Ich warte einfach mal. Gerade jetzt kommen natürlich welche. Gut, okay. Okay. Ist okay, Mann. So, sie müsste eigentlich auch Level 11 eher kommen, anstatt... Sie hat einen Angriff von 34, Mann. Ja, das ist natürlich... Ich könnte mich langsam auf den Weg zum Geheimladen machen. Das könnte ich natürlich tun. Dann müssen wir wieder die Blizzard-Technik... Ich glaube, hiernach wird dauert ein paar Runden, eh die neue Spawn. Hiernach werde ich, glaube ich, abhauen. Dann hau ich wirklich ab. Und, äh... Verziehe mich dann. So, Willm-Töter. Ja, dann... Er kriegt halt eher nochmal ein bisschen was. Er macht sich aber langsam auf den Weg. Wow, weil damit trifft, ey... Vielleicht sogar mit einem Critical. Das wäre doch voll nice. Ja, das wäre richtig cool. Und... Volltreffer. Reiten die Seiten. So, ja, wir machen uns dann langsam. Wir hauen gleich ab. Falls noch mehr kommen, ist das schön. Oh Gott, ey, verdammt. Jetzt musst du aber auch treffen, ey. Du musst jetzt treffen. Komm, 83%. Das schaffst du, Mann. Obwohl, naja, wenn er nicht trifft, denn... Der schafft es eh nicht, mich zu töten. Alter. So, und... Jawohl. Gut gemacht. Kein... Uuuuuhu. Alter, das ist das geil. Scheiße, das ist immer noch so super krass. So, er schwächt den hier. Damit... Oh, nein, ihr macht einen Great Eagle. Warum? Alle voll die Erfahrungspunkte für den Arsch, ey. Sie wäre bestimmt wieder annähernd. Bei Level 14 wäre sie bestimmt gewesen. Nothauen wir ab, Leute, oder was? Hauen wir ab. Ja, und ab. Schnell weg hier. Da kommt eh keine mehr. So schnell jedenfalls. So, dann sind wir hier gut dabei. So, ach, aber jetzt sind wir hier noch. Ja, dann soll sie das immer noch weitermachen. Immer noch. Und sie soll auch ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen mit dem scheiß Donnerschwert. Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Und... Wie sieht das so aus, wenn sie damit krittet? Kann sie vielleicht gar nicht. Wer weiß das schon. So, dann macht sie hier schön mit dem Silberbogen. Und gleich reinbäschen. Nimm das. Take that. Boom. Und dann nochmal. Good. La, 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 la. 70 Part, Leute. Und je nachdem kommt es noch zwei Kapitel. Und dann ist echt... Dann fällt auch hier der Vorhang. Mal wieder. So, sie ist bald mega Level ab. Warum ist der denn... Okay, haut er schon ein bisschen öfter rein. Ein bisschen geiler. Oh, war er in den Kopf, ey. Oh, oh, oh. Ausgewichen. Ich weiß es nicht. Ja. Schädelplatzer. So. Das bringt noch schöne Erfahrungspunkte bei ihm, muss man ja sagen. Du musst einfach mal ein Magieschild. Ja. So, weil sie bald Level abhat. Dö, 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 dö. Okay. Ist okay. Wo ist der Dieb? Genau, Dieb. Du musst den Augenstab schon mal überreichen. Der soll ja nicht eingesetzt werden. Ist, glaube ich, klar, dass das noch nicht im Sinne des Erfinders ist. So, ansonsten wird hier wieder schön gewartet. M-m-m-m-m-m-m-m. Okay, gut. Äh, die haben... Dann holen wir mal alle ab. Die beiden bleiben zurück für hier meine Kutte, die auftaucht. So, Dieb. So, sie fliegt zum Geheimladen. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Ja, ich muss wieder... Ich muss nochmal im Vorrat gucken, was man da noch alles so schön verkaufen kann. So, du bist jetzt natürlich hier sehr lahmarschig, leider. Hab auch gerade keinen Teleport mehr hier. So, du schluchst. Aber wir reiten einfach mal davon. So, ähm... Soll ich einfach mal wieder schmieden? Ja, warum nicht? Äh, schmiede einfach mal den Blizzard. Da sind... Da haben wir zwar lauter vergammelnde Bücher schon. Andi, der bleibt auch mal da zurück. Ähm, ähm, ähm... So, jetzt haben wir hier schon den Ersten, der angelatscht kommt. Er könnte sogar Level 15 eventuell kriegen, wenn er richtig gut ist. Machen wir das so. Äh! Alter, voll in den Kopf. Einfach in den Kopf rein. Dum, dum, dum. So, der andere Typ kann ja nicht viel machen. Der Magier. Wegen unserer Rassi. Ja, das ist so gut. Dum, 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 dum. Okay. Oh, er wird den vielleicht angreifen. Na, dann machen wir einfach mal ein Magie-Schild. Wo hat er ja schon? Hat er ja schon. Dann nicht. Dann geht es zu dem Dieben. Kann er natürlich, kann er natürlich nicht, weil die alle im Weg stehen. Mann. So, okay. Wir haben das Feld da geräumt auf der rechten Seite. Komm, ich nehme trotzdem da welche. Oh, 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 oh. Nimm das, Mann. Und nimm den. Alter. Er kriegt dein Level ab, oder? Das wäre doch... Nein, nice. Hat er aber nicht gekriegt. So, okay. Tauschen. Hier hast du den wunderschönen Augenstab. Gib mir mal dafür... Okay, Magie-Schild ist jetzt genug verschwendet worden. Alles klar. So. Dann geht sie zu Marth. Check in Vorrat. Ähm, nehmen. So, hier haben wir allmöglichen Kram. Ne, den wird er... Den bekommt er noch, ähm, unsere Tiki wieder zurück. Ähm. Ach, wir haben ja noch einen Talisman. Hey. Einfach nur cool. So, ich glaube... Äh, Weihwasser wird uns auch nicht unbedingt verkaufen. Ne, ansonsten haben wir nicht wirklich was zu verkaufen in unserem sonstigen Bereich. Und die Waffen... Ich würde eigentlich mal wieder Waffen verkaufen. Ne, 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 ne. Okay, gut. Da gibt es nichts. Dann fliegt zum Geheimladen. Wo er natürlich genau nicht hinkommt. Mit... Mit einem Ding. Aber okay, man. Ähm. Wird natürlich noch nicht eingesetzt, Leute. Ganz vorsichtig sein. Und Marth ist bald Level 30. Das ist total geil. So, hier kann man leider auch nicht im Vorfeld drauf achten. Äh. So, sie macht aber jetzt mal wieder... Ähm, Erholung. Juuu. So, sehr schön. Und sie hat ein Level A. Level 3. Schön. Aber nicht wirklich mehr relevant. So, da hier auch gerade keiner kommt. Wir fahren einfach. Okay, wir hauen ab. Los. Lauft! So, ja, hier auch. Können die ruhig alle hinterher kommen. Wir machen uns jetzt hier... ...gegen... ...Xemsel. Xemel. Oh. Mein Gott. Da kommen sie wieder. Da kommen sie! Dann kriegt die echt nochmal ein Level ab. So, sie kriegt unabhängig Fahrungspunkte. Oh, sie sieht sogar schon drei ab. Drei! Also insgesamt sechs. Yeah! Woo! Yeah! Das war ja total... ...Töfte. So, Silberbogen. Hau ihn weg, Mann! Und... 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 Ich sag das noch nichts mehr. Das ist jetzt... Das ist einfach so. Und die gekritscht sind unser neuer Standard. Level 16. Sehr gut. Ähm... Was macht jetzt wegen den hier, die hier hinterher kommen? Die können ja so weit fliegen. Also der natürlich hier. Der kann ja nichts machen. Äh... Er kommt auch nicht mehr ran. Tschüss! So, greife ich den einfach an. Was hat denn der? Der hat eine Drachenlanze. Tötet auf keinen Fall irgendjemand von uns. Auf keinen Fall. Er könnte sie einfach weghauen. Ich mach, glaube ich... Ich mach einfach mal Steinschlag. Und jetzt schnappt die sich halt... Was zum? Ja, die wird jetzt entweder ihn angreifen. Der hat oberkrass Verteidigung. Wurde nur springen. Oder ihn shaggy-waggy. Und den verstecke ich einfach hier hinterher. Nee, geht, glaube ich nicht. Denn, warte mal. Hier kann man ja verfolgen. Sie könnte dahin, 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 dahin. Bis dahin kann sie fliegen. Also stelle ich mich hierhin. Hat sie keine Chance mehr. So. Ähm... So, Leute, wir sind wieder da. So. Okay, okay. Versammelt euch. Immer wieder durchheilen. Erholung. So, gut. Also das wird ja krass, der Weg der in Aum einsetzt mit den ganzen gefallenen Leuten. Ey, dann haben wir eine riesen Auswahl. Total geil. So, jetzt aber erstmal. Das wird richtig geil. Der letzte geheime Laden. Hallo. Wie habt ihr diesen Ort gefunden, Mann? So, jetzt pass auf. Zieht euch das rein. Hey, deine Waffenschriftrolle. Die ist wichtig. Und Engelsrobe. Meine Fresse. Okay. Da hole ich mir aber wirklich nur eine. Ja. Auch wenn ich mir... Hier seht, ich kann mir wieder mehrere holen. Da hole ich mir nur eine. Denn, ähm... Jetzt habe ich zwei. Und die gebe ich beide Lena. Zack, zack. Dann ist sie mit ihrem Buchlevel... Ist sie dann Level... Ähm... Na, hier ist sie dann Level B. Und dann kann sie Aura benutzen. Für den letzten Fight. Ansonsten... Verteidigung ist geil. Ich hole mir erstmal mal von jedem Eins. Und je nachdem halt... Bis ich halt blank bin. Wieder... Bis ich wieder total blank bin. Alter. Krass. So, und auch ein Draco-Schild. Aber eigentlich ist die Engelsrobe ist eigentlich mehr wert, oder? Die Engelsrobe muss ich mir eigentlich holen. Die ganz bisschen voll ist. So, die ist weg. Krieg echt nur alles? Krieg nur alles? Nein, 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 nein. Nicht Waffenschriftrolle. Nicht die Waffenschriftrolle. So. Dann will ich mit dir, oder? Okay, alles klar. Und die letzte Krieg leider nicht mehr. Okay, gut. Das war doch wieder geil, ey. So. Oh mein Gott. Null Damage! Oh, sie wischen jetzt komisch. Einfach sich weggelehnt. So, die machen Kutten. Sie kommen, diese Kutten-Typen. Ähm. Okay, der kann immer noch nicht. Oh Mist, Wannik, ich lüfe immer zu weit weg mit dem. Hilfe! Hilfe! Ähm. Greif doch mal den hier an. Der ist doch viel lustiger, wenn du den angreifst. So. Ähm. Jetzt wird sonst auch wieder ein bisschen eng hier alles. Aber sollte klappen. So, warte mal. Der war eigentlich immer besser, wenn er mit dem Hof bei so einen Typen da kalt macht. Das hat immer ordentlich reingehauen. Stahlbogen! So. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja, doch. Du bist hier auch wieder sehr kurz vorm Level ab. Also machst du das. Wenn du triffst natürlich nur. Yes. 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 Come on. Ja, wollo. Zack, Level 13. Okay, so. Komm, du kannst jetzt den erwischen oder oben, oder? Ja. Hören wir ihn schön zweimal dick deiner Axt rein, ey. So. Okay. Jetzt finde ich jetzt einmal nicht treffer und der mich angreift. Das überlebe ich. Locker. Und, äh, voll in your face. Warte, 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 ich bin gerade richtig froh, dass ich noch genug Geld hatte für die ganzen, vor allem für die Engelsrom und die anderen Statusdinger. Waffenschrift schon jetzt nicht so wichtig, finde ich, jedenfalls. Dann könnt ihr mich gerne wieder lünchen, wenn ihr wollt, aber ich finde das nicht so wichtig. Außer natürlich für diese Lena. Ja, da wir damals hier die arme Magerin, die das eigentlich schon sofort einsetzen konnte, einfach auch gebracht haben. Ach ja, das waren noch Zeiten. Hui. Dum, 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 dum. Hm, 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 hm. So, ja, dann bleiben wir mal auch noch. Ja, die kommen jetzt hier alle nach. Der läuft hier oben lang. Wird alles, wird alles geregelt. Dum, 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 dum. Können sie euch alle uns verfolgen? Sollen sie doch. Ah, gut. Das ist schön. Ich dachte gerade, wäre ein Critical, aber sah nur so aus. Zack. Und dann nochmal. Juuu, knaps. Alles down gemacht. So. Ah, fast ein Level ab noch. So, wir können hier noch in aller Seelenruhe weiter abhauen. Weiter hin. Tschüss. Dann kommt die Mannerkutte. Ach, das muss heute nicht sein. So, was machen wir? Machen wir den jetzt kalter? Ich habe Angst, dass dann Kinder mehr neu spawnen. Und das wäre doof. Das wäre so doof. Feuerstein. Der hat nur einen Feuerstein. Und der würde ja wieder Angriff 30. Minus unsere 10. Also 20 Schaden kriege ich wieder. Übel, sagt er zu. Nur übelst. Aber der hat eine Verteilung. Oder er zieht bei Feuerresistenz. Nee, ne? Oder? Nee, kann nicht sein. Oder mache ich die mit ihm? Ja, ich logge erst mal mit ihm hier. Nehme mir aber trotz alledem dann eine Silberlanze. Und das soll dann hier wieder eher abstauben. Für noch ein Level. Oder er. Mal gucken. Weil er hat ja auch so gute Karten. Muss man ja sagen. Okay. So, warte. Kann ich jetzt hier nochmal? Komm, mal hoch hier. Was ist denn los? Hier muss ich auch noch ein Level abkriegen. Ah, gut. Sie kann ich aber hier hinstellen. Aber dafür brauchst du so noch eine Langlanze. Langlanze. Wer hat denn die noch gerade? Hier. Du hast eine Langlanze. Gib die mal ab. So. Das ist denn der für den Mager, der da kommt. So. Tauschen. Langlanze gegen. Ja, eine tolle Waffending. So. Okay. Wir sind dann gut ready, Alter. Richtig ready sind wir hier ab. Ach, Leute. Das macht so Spaß. So. Wenn man eine Kutte kommt. Dafür bleiben die nochmal zurück. Sie soll noch ein Level abkriegen. Oder nicht, sie. Ja. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kommen jetzt nur noch ein 2-Mana-Kunden. Da haben wir vielleicht die Arschkarte jetzt oben. Im Notfall muss sie dahinter teleportiert werden. Alles kein Ding. Oh, mein Gott, Alter. 10 Damage, Alter. Ouch. Was soll das denn? Oh, Quinti-König. Mann. Der soll doch nur dafür. Wir werden später als anderen sein. Und er kriegt nicht mal ein Level ab. Oh, da kommt echt nochmal neue. Hey, da ist das geil. Ist das alles imbar. So imbar. Ja. So, dann kann sie ja noch ordentlich sich austoben. Übelst fett. Jetzt könntest du ruhig mal kritten. Machst du natürlich nicht. Jetzt muss ich jetzt eigentlich... Oh, na gut, ausgeglichen. Okay. Alles klar. Yeah, yeah. So, geil. Da wird sie noch viel von haben. So, der kann nichts machen, Mann. Dann soll... Ja. Tu den mal. Du, 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 du. Aber locker. Vielleicht doch mal aber mit Bolganone. Ist noch fetter, aber die Trefferchons ist nicht so gut. Mach ich's damit. Hu. Wow. Dann kannst du doch noch ein bisschen down das Kapitel. Warte, ist schon wieder ein Crit? Da war doch wieder ein Crit, oder? Weil er den Arm hochgenommen hat. Geht immer so schnell alles. Nee, okay. Dann müssen wir doch... Leider müssen wir aber doch warten, weil hier noch so viele Einheiten kommen. Das ist sehr guter Crit Staff. Ein Critical Staff, Mann. So, er könnte... Oh, der macht ihn so richtig down. Dann machen wir das mal hier beide wieder. Im Together Mode. Hier, Dickhäuter. Oh, yeah. Bitte nicht gritten, Jake. Nicht schon wieder. Erfahrungsmodulier voll Clown. Das war nicht so nett von dir. So, dann würde ich natürlich wieder von dem eingegriffen werden. Ist aber auch kein Problem. So, Blizzard. Gibt's noch was, was er trifft? Nee, dann... Doch, Donner. Donner trifft zu 92 Prozent, Mann. Yes! Eiger, voll crazy. Ausgelöscht und wieder ein dickes Erfahrungspunkte-Paket. Ja! Level 14. Guter Junge. So, und hier jetzt natürlich wieder... Ja, doch, das ist das mal für sie, würde ich mal sagen. Stahlbogen. Bitte nicht kritten. Komm schon, nicht kritten. Muss nicht sein. Ich weiß, du bist super am kritten, aber mach es bitte nicht. Zack! Und nicht nochmal. Ja, nein! Mann, ey, warum kritten die denn? Und alle lachen sie mich aus und lachen sich schief, dass ich so viel Pech habe. Die schönen Erfahrungspunkte werden nicht reordnungsgebnis verteilt. Mann! Mann! Ah, holo! Mew! Sehr schön! Da, ba, ba! Hier läuft immer noch alles sehr, 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 sehr gut. Hier bekommt noch einer für... Eventuell für Julian und so. Es ist noch nicht vorbei. Aber der Part ist schon wieder vorbei. Das gibt es ja nicht. Sollen wir den jetzt töten? Nee. Dann spawnen die bestimmt nicht neu. Das wäre doch schade. Das wäre so schade. Okay, soll ich sie vielleicht mal weg teleportieren oder sowas? Sie ist bald Level 17. Ach nee, das ist ja eh bloß so ein kleiner Fisch hier. Das ist ein kleiner Fisch. Den muss jetzt nicht unbedingt... Aber der nachfolgende Manaketen-Drache da, der ist dann eventuell doch mal für Athena was. Auch sie, der wäre 11. So. Sie können ja auch schon bald Level Dings nachdenken. Das wird so geil. So, okay, dann gehen wir weiter vor. Du bleibst schön hier, wenn du immer noch weiter rumschwächst. Und ja, Leute, das war's denn schon wieder. Ich glaube, ich gehe sogar gleich mal speichern. Oh Mann, oh Mann, ey. So, da kommen sie alle. Ja, gut. Das gleiche Spiel nochmal machen. Hätte ich schon Bock drauf, aber irgendwie vertraue ich dem Ganzen hier nicht. Das ist alles so weird. Der würde mit seinem Silberschwert ordentlich 30 Schaden machen, ey. Ja, machen wir das jetzt einfach mal. Na komm, machen wir einfach. Joing. Bevor der Partlay zu Ende ist. Human. In your face. Ja, hat Badlay-Level abbald. Gut. So, 30 Schaden. Krieg 20 auf die Mütze. Den werde ich auf jeden Fall eine Engelsruhe geben. Hat er nämlich auch über 40 KP. Alter. Und Schuss. Da-dam. Ba-bam. Oh, yeah. Krass. Da wird aber noch einer kommen. So, ich kann natürlich gerade nicht heilen. Na ja, machen wir gleich. Aber Leute, ich werde mal hier speichern gehen. Nachdem ich ihn geheilt habe. So. Ähm. Erholung. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Beim nächsten Part machen wir hier natürlich munter weiter. Freu dich auf Kapitel 24x. Das ist nämlich bald soweit. Und ja. Bis in den nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.